Und die Möglichkeit, da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So langsam wird es gefährt und jetzt die Chance. Beide Gefährten, das muss das Tor sein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schöner Pass. Balkon rein. Gute Eingabe, vielleicht die Chance. Der Pass, nichts zu halten hier. Kurze Distanz, das war da nicht allzu schwierig. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Die nächste Seite schnell und richtig, er gibt Vorteil. Und jetzt die Chance. Ein fantastischer Treffer. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Wieder ein Dreierpack von eben in dieser Szene. Ganz starke Leistung. Nicht zu stoppen. Jetzt ist er auf und da vorne macht er das Tor. Und jetzt der Schuss. Zeppner, ja, drin, Tor. Der nächste Treffer. Es gibt diese Tage, das geht alles. Nee, nee. Wird's jetzt gefährlich. Tolles Zuspiel. Jetzt vielleicht. Da hat nicht viel gefehlt. Die Leber gut, schöner Lupfer und dann waren es nur Zentimeter, die fehlen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schuss. Jetzt wird's gefährlich. Ja, aber warum denn nicht? Wir müssen es auch mal aus der Distanz versuchen.